Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes In jener Zeit fragte Pilatus Jesus, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, Also bist du doch ein König? Jesus antwortete, Du sagst es, Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Ich bin ein Tier. Vielen Dank.